Ja hallo und herzlich willkommen wieder mal bei Geoleden und Reischa TV. Erstaunliche Ergebnisse mit Natron und Reiswasser beim Haare waschen. Ja, was nehmen wir als erstes? 2 bis 3 Teelöffel Natron in einem kleinen Behältnis mit etwas warmen Wasser und das klarerweise schön in die Kopfhaut einmassieren. Das Ganze bleibt dann ca. 5 bis 10 Minuten am Kopf, also einwirken lassen und dann natürlich mit klarem Wasser auswaschen. Natron ist ja basisch und wirkt natürlich wunderbar auf die Kopfhaut und auf die Haare. Und als nächstes haben wir quasi als Conditioner das Reiswasser, mit dem spülen wir die Haare schön durch. Wer mehr über das Reiswasser wissen möchte, schaut doch einfach auf mein Video über Reiswasser. Also hier einige Male mit Reiswasser die Haare schön einspülen oder einmassieren und auch dann wieder ca. 5 Minuten schön einwirken lassen. Ja, und natürlich das Reiswasser dann auswaschen und das war diesbezüglich auch schon wieder die ganze Prozedur. Und hier sehen wir noch, was wir alles brauchen für das Reiswasser vor allem. Hier ca. 700 Liter, ja genau 700 Milliliter Wasser, einen halben Kaffeebecher Bio-Vollkornreis und das Ganze zum Kochen bringen und dann ca. 20 Minuten schön durchköcheln. Dann aber nicht sofort abseien, sondern das Ganze noch über die Nacht oder mindestens an die 12 Stunden durchziehen lassen. Dann kann man das Ganze abseien, das heißt man trennt das Wasser vom Reis und das was übrig bleibt ist klarerweise das Reiswasser. Ja, das war es dann auch schon wieder. Vor allem für die Haare ist es wichtig ca. 2-3 Tage zu warten. Das heißt das Reiswasser fermentiert und bekommt dann auch eine gewisse Säure, die eben zum Stabilisieren für die Haare wichtig sind. In dem Sinne wünsche ich euch wieder alles, alles Liebe. Wenn euch das Libio, das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen da, abonniert unseren Kanal und schaut ganz einfach in die Infobox. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Video. Geo Leben und Aisha. Baba, ciao, bleibt's gesund, werdet's gesund. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.